So, moin Leute, es ist ein Tag später, es hat geregnet, es ist unfassbar schwül, aber der richtige Moment jetzt in einen Helikopter zu steigen, ich möchte hier nochmal kurz zusammenfassen, jemand aus der Community hat mir im Stream eine Donation gegeben, damit ich mit einem Helikopter 20 Minuten über Manhattan fliege und heute ist der Tag gekommen, ich habe unfassbar krasse Höhenangst und äh, ja, ich äh, ja. Und dann bin ich gerettet. Ach du Scheiße. Dann noch rückwärts. Oh mein Gott.